Werder Bremen hat Interesse an Kevin Behrens. Er ist 1,84. Hat diese Saison schon 13 Tore erzielt. Die meisten für Sandhausen. Er ist auch Kopfballstark. Er hat in dieser zweiten Bundesliga-Saison die meisten Kopfball-Duelle gewonnen. Er ist auch zweikampfstark. Er hat die meisten Zweikämpfe in dieser zweiten Bundesliga gewonnen. In dieser Saison. Er hat auch ein gutes Tempo mit 33 kmh. Also Kopfballstark ist er. Und zweikampfstark ist er auch. Und hat auch ein gutes Tempo. Also ich würde ihn holen. Er hat auch eine gute Torkote. Was haltet ihr von Kevin Behrens? Schreibt in die Kommentare. Das war's von mir. Und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.